Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. Wir müssen ganz kurz was trinken und essen. Ansonsten kriegt man ganz heftigen Schaden und das möchten wir ja nicht. So, da müssen wir auf jeden Fall voll sein mit Nahrung. Ah ja, fast. So, ähm, Bobbylein, hier sind schon wieder neue Tote. So, dein Trinkbehälter ist fertig und jetzt muss ich auch noch Wasser reinmachen. Schön. Ach, wir gehen erst mal die hier loot, ne? Nächstrinne. Was zum Teufel? Hä? Warum nicht hier auf dem Zeug rum? Hier bei dem genauso. Also, das kann nur bedeuten, dass wirklich mit dem Update vieles dazu gekommen ist, optimiert wurde. Das freut mich natürlich. Äh, ich würde gern das andere dort haben. Kann ich hier irgendwie mich hinlegen? War da nicht irgendwas? Oh Mann, dann holen wir uns das halt später. Meine Güte. Ist ja jetzt kein Weltuntergang. Aber bei dem liegt auch Haufen Zeug rum. Leute, dann werden die das ab sofort verlieren. Das macht's umso einfacher für mich. Da lebt noch einer rum. Yo, äh. Was soll ich sagen? Da war ein Blatt. Ja, ich bin happy. Na, bei dem war man, glaube ich, schon. Ja. Ey, was haben wir denn jetzt? Uh, ja. Ja. Bobby. Sei lieb. Dann. Gehen wir mal ganz kurz alles einsortieren hier. Äh. Das da rein. Zucker wie immer hier rein. Das da rein. Äh. Äh. Dö, 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 döt. Riegel haben wir keine. Batterien haben wir auch keine. Warum hab ich hier drin. Warum hab ich hier Flaschen drin, wenn die eigentlich... Hier, Komponenten. Die Flaschen sind doch hier drin. Äh. 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 Und hier rein. Äh. 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 Vadim은 Aqui. intend". Äh. 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 So, das ist voll Dann packen wir den Basie erstmal hier rein Und den Stoff auch Und das machen wir hier rein Eins behalten wir im Inventar Wir brauchen aber jetzt die Brechstangen Ich will jetzt in die Häuser rein Bevor ich Irgendwo anders hingehe Ich weiß nicht mehr, ob ich schon in den Häusern war Das werden wir aber gleich mitbekommen So, wir nehmen uns als erstes dieses Haus vor Ja, geladen ist die Waffe Der eine ist umgefallen Und der auch Der ist komplett leer Der hat eine Kartoffel fallen lassen Oh, hier waren wir noch gar nicht drin Sehr schön Oder waren wir hier doch schon Hast du vielleicht noch was drinnen? Oh nein Warum war die Tür versperrt? Lol Okay, jetzt guck mal in das Haus rein Also das kann ich jetzt nie auf mir sitzen lassen So, der erste ist tot Die lassen ihren Loot seit Neuestem fallen Lol Lol, okay Das nehme ich dankend an Wir waren hier halt wirklich schon drinnen Überall Ja, hier ist alles gelootet Ähm Ja gut Dann Bereiten wir uns jetzt darauf vor Hinter der Base uns mal ein bisschen umzugucken Und die Feinde dort Vielleicht auszulöschen Zu umgehen Und uns Vielleicht sogar eine neue Base suchen Mal schauen Je nachdem wie sicher die dort oben ist So, die Waffe brauche ich erst einmal nicht mehr Also Blätter nehme ich immer wieder gerne mit Denn ich brauche die Seile davon Was ist mit dir los? Ah, der braucht Wasser Ah, lass mich raus Deswegen ist das andere Bobbyhuhn weg Der ist uns abgenibbelt Scheiße Äh Und Essen brauche Scheiße, wie stelle ich Bobbyessen her Was ist das? Korn Wie mach ich Korn? Wie verdammt nochmal mach ich Korn? Ich weiß es einfach nicht Erst einmal hier rein Und die Militärbox kommt auch erst einmal da rein Salz ist hier oben Äh Der braucht auf jeden Fall noch mehr Wasser da draußen Und jetzt ist die Frage Die kann ich nicht befüllen Die sind dann hierfür bestimmt gedacht Ja Ähm, okay Die Kartoffeln, die behalten wir Das Schwarzpulver Ist hier drin Und das Wasser kommt erst einmal hier raus Damit der hier, äh, noch weiterhin was hat Dann brauchen wir noch mehr Wasserflaschen Ich denke aber mal, die werden wir schon noch finden Ich habe doch hier Genau Ähm Das ist Für Die da Öffnen Ähm Das bleibt erst einmal hier drin Das Essen können wir bei uns behalten Die Picke bleibt hier Die Picke bleibt hier So Und die Munition bleibt Einmal aufladen Beziehungsweise nachladen bitte So Wir wechseln auf die Pistole Speichern natürlich ganz kurz ab Nicht, dass hier noch irgendwas passiert Und beenden jetzt hier die Folge Und in der nächsten Folge Werden wir uns mal an das Quartier der Bösewichte anschleichen Bis dahin Tschü tschü